Da bin ich auch schon wieder zurück im System. Ging schnell. Ah, ich darf da hinten wirklich nicht rein. Set is the thing. Konvoi Schiffswrack. Ich habe noch unentdeckte Schätze hier, aber wo? Passagier, Fraktionsquest. Ah, stimmt. Schattimmt. Da war ja was. Ich hatte ja im Orbit eine Quest hier. Ich weiß gar nicht mehr welche, aber das machen wir jetzt. Da flyen wir nun hin. Und making the sky, you know? Nee, ich habe jetzt keine Lust zu kämpfen. Ich fliege jetzt da hin zu dem Punkt und hoffe, dass mich alle in Ruhe lassen. Ich habe jetzt genug im Weltallraum gefallert. Die Accra-Station. Warst du mal dort? Nein. Aber angeblich soll es dort von Piraten wimmeln. Pass auf deine Kredits auf. Das mit diesem roten Antrieb sieht schon sexy aus. Auch wenn rot eigentlich nicht so meine Farbe ist. Bis dann, Andy 5. In Ordnung, Kay. Ich sehe zu, dass ich ihn finde. Vielleicht ist er in einem Frachtraum oder so. Beein dich. Die Piraten sollten dich besser nicht bemerken. Kann ich da durch? Nein. Moment mal ganz kurz. So. Entschuldigung. Wo sind hier schon wieder die Schätze? Also theoretisch sollen ja im Orbit sich noch fünf Schätze befinden. Was ich mich jetzt frage, ob die hier auf der Station sind oder tatsächlich noch welche draußen. Weil draußen ist ja anscheinend kein Gebiet mehr, kein größeres. Was ich erforschen kann. Also müssten sie ja eigentlich hier sein, oder? Hier ist zumindest eins. Uh, grün. Warte mal, sehe ich das jetzt vielleicht sogar? Okay, ja. Zwei Schätze gibt es hier. Ich habe Schiffsteile, wenn sie welche brauchen. Mhm. Und ich habe direkt Bock, das Grüne ranzumachen. Und dann brauche ich noch, was das passt. Hm. Ich habe jetzt nicht wirklich eine Farbe, die passt. Ich glaube, da ist am besten noch die. Das Glücksbringer. Das ist da. Verbesserungen. Könnte ich sogar. Machen aber keinen Sinn im Moment. Ich lasse es mal. Oh. Eine Sache würde ich doch gern. Die habe ich noch nicht mal ausprobiert. Komm, wir probieren die jetzt mal aus. Ich kaufe jetzt hier die stärkste Variante davon und haue die mal rein. Ich will die mal ausprobieren. Die habe ich noch nicht mal ausprobiert. Kann ich mal was dazu sagen? Das hole ich mir auch einfach nur, damit ich es habe. Die Raketen sind fein, die du lasse ich. Hey, vielen Dank. Kommen Sie gern jederzeit wieder. Schon wieder zurück? Ich glaube, wenn ich das kaufe, habe ich alles. Und dann hat sich das eh erledigt mit dem Schiff. Ich habe jetzt alles erforscht. Right? Right. Schiff ist jetzt der Maximum. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Schiff könnte nicht krasser sein. Nein. Das hat sich, glaube ich, erledigt. Ja, bin ich. Aber ich bin hier gerade noch beschäftigt. Okay, nee. Ich gucke danach rein. Ich mache erst mal hier. Ja, chill mal. Hey, Typ in der Kapsel. Bist du da? Typ in der Kapsel? Mein Name lautet Jack Flaxo. Wer bist du überhaupt? Ich bin Kay. Crimson Dawn schickt mich, um dich zu retten. Ah, perfektes Timing. Ich wurde am Ende eines verdeckten Einsatzes bei den Pikes gefasst. Ein vorübergehender Moment der Unachtsamkeit. Und jetzt scheinen diese Piraten auf ein Lösegeld zu hoffen. Du scheinst ja richtig beliebt zu sein. Das hoffe ich doch. Deren Anführerin hier ist eine charmante Pantoralerin namens Prokyon Vu. Reizender Blauton. Ihre Schlüsselkarte wäre hilfreich. Ah, ich versuch's. Halte durch. Mhm. Ist ja dann wahrscheinlich wieder eine Aufgabe für nix. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Anfragen. Ein Schiffskomputer. Ne. Ich glaub, das mit den Schiffskomputern hat sich erledigt. Schiffsmaterial. Und davon jede Menge. Wieso kann ich den Schiffskomputer eigentlich nicht verkaufen? Besten Dank. Danke für Ihren Besuch. Diese Angebote gibt es nur jetzt. Sagen wir mal. Ihre Waren sind bei meiner Mitarbeiterin auf der Oberfläche in sehr guten Händen. 14 Kilo, genau wie bestellt. 14 Kilo Blauschimmelkäse. Wir müssen weitersuchen. Der kommt hier nicht so schnell raus. Solange die Andock-Klammern ausgefallen sind, kommt niemand aus der Sekundärbucht raus. Andava muss erst das ganze System neu starten. Tja, das ist nicht Prokion. Wo ist sie? Hm. Wenn ich eine Piratin wäre, wo würde ich hingehen? Auf ein Schiff? Arrrr. Durastall? Ach komm, hier, nimm das da. Ciao. Ciao. Was ist denn da eigentlich? Oder ist das eher der Markiertes? Ich glaube tatsächlich ist es eher der, der markiert wird. Der Raum. Wahrscheinlich ist da auch die andere Kiste drin. Niemand mit wunderschönen Blauton. Das gibt jede Menge Grimms und Dawn. Allerdings brauche ich genau da nichts. Pike bräuchte ich. Hacke das imperiale System. Infiltration. Vollstreckung muss ich noch machen. Ich weiß nicht, ob ich es mittlerweile erledigt habe, aber... Kann ja nochmal gucken. Fähigkeiten. Ach stimmt, das habe ich ja eh freigeschalten jetzt. Die Bahnbrächer führt eine schnelle Drehung in Gegenrichtung aus und überrascht so hohe Folge. Tippe doppelt auf Leertaste. Okay, was muss ich jetzt machen? Besieger den imperialen Kreuzer der Gorsanti-Klasse? Easy. Schließe einen Vollstrecker-Auftrag ab. Easy. Das ist auch Vollstrecker? Und das ist Diebstahl-Auftrag. Bei dir fehlt noch was, ne? Ja, Gleiterrennen und Todes-Truppler. Oh, hier fehlt auch noch was. Abgelenkte Gegner. Ich vergesse es immer wieder. Schmuggelinfiltration. Diebstahl. Beschaffe den Pike-Datenblock. Ja, aber ich muss einen Diebstahl-Auftrag machen, komm. Was soll's. So. Ist hier irgendjemand blau? Und damit meine ich nicht durch Alkohol. Okay. Also in der Kantine-Pantorane sind blau. Ah, da. Es ist tatsächlich da. Komm schon, Soren. Da geht doch sicher mehr. Wir sind nicht in Stimmung für Spielchen. Prok hören. Wo kann ich zuhören? Da. Ich dachte, ihr wärt ganz heiß auf Rache an Crimson Dawn. Wir würden nie so viel für einen einzigen Spiel und zahlen. Ach ja? Er hat eure beste Schmugglergruppe infiltriert, eure Informantenliste gestohlen und, das gefällt mir am besten, auf dem Heimweg euer Schiff zerstört. Nicht neugierig auf das Wien. Dorner könnten geben mir ihre Geheimnisse preis. Der ist weich. Die Weichen machen am meisten Ärger. Ich bestreche dein Angebot mit meinem Anführer. Aber flott, Crimson Dawn ist auch interessiert. Und zahl uns kräftig. Das ist unsere Piratin. Hol die Karte. Wix. Sehr gut, mein Freund. Ich wette, die Pikes würden gut für Jets gestohlene Liste zahlen. Andy, ich hab die Schlüsselkarte. Wirf die Triebwerke an. Waren gar nicht ausgestellt. Ich kotze gleich. Und doch ist die Käfigtür offen. Wollen wir? Informationsliste der Pikes nehmen. Moment. Töchterlich zungenfertige Leute Blaster-Schüsse. Ja, nun. Ich bin jetzt aber die mit dem Blaster. Stimmt wohl. Nimm deine Liste. Es gibt andere. Ach, und besuch doch Dart und mich auf Kijimi, wenn du mal mit einem echten Syndikat arbeiten willst. Mhm. Los, wir hauen ab und melden uns bei den Pikes. Die Piraten werden nicht glücklich sein, wenn sie davon erfahren. So, ich brauch nämlich noch Pike-Ruf. Und ich hab mir einen Crimson Dawn-Auftrag angenommen. Das heißt, da krieg ich den Crimson Dawn-Ruf wieder rein. Alles easy und durchdacht. Wir wurden einige Sachen für dich abgegeben. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Gesetzlosengürtel. Stimmt. Da sind wir auch schon wieder an dem Punkt, dass ich mich mal wieder umziehen kann. Habe ich jetzt das gesetzlosen Set komplett? Kaputte Antiquität. So. Das da. Nein. Fehlt noch was. Die Hose fehlt. Die Hose fehlt. Das kacke. Das Diebes-Set habe ich auch nicht voll, oder? Ne. Habe ich auch nicht voll. Das ist doch scheiße. Tja, dann muss ich jetzt wohl improvisieren. Ich habe keine Hose, die passt. noch am ehesten die. Die. Ne, 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 ist zu hell. Die da vielleicht. Ne, auch nicht. Das könnte man nehmen. Blau wäre, glaube ich, zu... Das ist too much. Die schwarze passt doch. Ja. Die wäre, glaube ich, fein. Hm. Das passt ganz okay. Dann kriegt der Kleine auch aus dem Partnerlook. Ja, wobei, das finde ich blöd. Kriegt das Rucksäckchen. Oh, ich kann noch einen Glücksbringer mitnehmen. Hm, 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 hm. Wo ist das mit dem Droiden, dass die mich schlechter entdecken? Ach, das habe ich auch schon drin. Dann nehme ich die Anzahl für Ziele mit Adrenalinschub. Das mit dem Ablenken finde ich doof, weil da ist mir die Reichweite lieber. Hallo, ND5. Du bist zurück, Kay. Oh, schade. Das hätte ich mir jetzt sogar angucken wollen. Das sah gerade schick aus mit dem Grün. Verlasse die Station. Stiehlst du meine Beute, hm? Hey, du hast ihn zuerst geklaut. Weißt du eigentlich, mit wem du dich anlegst? Äh, Protokoll irgendwas? Ich bin die schreckliche Piratin Prokion Vue und werde dich bis ans Ende der Galaxis jagen. Hörst du mich? Ich kann dich jetzt auch einfach töten. Hat sich das mit der Ende der Galaxis erledigt? Hier, drei Raketen zum Spielen. Oh, ein Tor, du ein Satz, ein Rangschabon. Du bist jetzt in, es ist noch nicht vorbei. Meine Ehre, ich suche dich heim von jenseits des Schreiers. Uh, ich hoffe nicht. Dann nicht nur zustimmen. Du bist jetzt das Nutzerangebiet. Stelle dich durch. Was willst du? Ich wollte nur Bescheid geben, euer Handel mit der Piratin. Ich flieg schon mal zum nächsten Punkt. Er ist nicht ganz nach Plan gelaufen. Protokoll hat er also den Agenten entkommen lassen. Ja, hat sie. Aber gute Neuigkeiten. Ich hab die Liste zurück. Praktisch. Check uns die Daten und ich sende dir die Belohnung. Hm, war mir ein Vergnügen. Wo sind denn die letzten fünf Schätze? Die Pikes sagen, dass uns ein Zeichen ihrer Wertschätzung erwartet, wenn wir landen. Oh, das ist bestimmt von Gorak. Der Typ liebt mich. Nein, tut er nicht. Ja, das tut er nicht. Ich zerstöre den Kreuzen. Ich mag den neuen Blaster nicht. Er macht Schaden, aber ich mag ihn nicht. Die Rassenkreuze auf Absandkurs. Wow, viel zu nah. Rechte Flanke. Schön dabei. Easy ausgewischen. Wir nehmen Schaden. Ach, war's schon. Das war einfach. Das war's hoffentlich. Gut. Und jetzt? Verlasse das Gebiet. Kriechen. Hm, war doch gar nicht so schwer. Da kommt ein Angebot rein. Abmachen und einhalten. Abmachen und brechen. Nee. Abmachen und einhalten. Dann habe ich bei den Pikes sogar bald auch voll. So, und jetzt heißt das auf dem Planeten. Und das ist nicht meine Waffe. So Aufladewaffen sind gar nicht meins. Das heißt, das werde ich wieder wegmachen. Also diesen, diesen Schnellschussblaster, den fand ich noch ganz okay irgendwie. Da draußen treiben sich dies rum. Verstanden. Den fand ich noch ganz okay, wo dann halt diese, diese Schusszahl wieder rauskommt. Warte, Entschuldigung. Wie weit muss ich da jetzt fliegen? Buh, buh, buh. Aber das mit diesem einzelnen Schuss. Näh. Näh. Ah, Landung einleiten. Okay. Gucken wir uns doch das erste Mal an die Landung. Auch wenn die, glaube ich, immer relativ gleich ist. Und der Planet hat zu viele Wolken. Deswegen sehen wir nichts. Wahrscheinlich. Brust. Ja. protege. Ei. 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 Akiva. Im Dschungel dort verwirkt sich eine Menge. Schmuggel, Wildtierhandel, Rebellenaktivität. Sind das nicht deine Freunde, Kay? Sicher. Und nach unserer Aktion auf Kanto schulde ich ihnen was. Ah, wir verwenden alle Sarkasmus. Ausgezeichnet. Wir brauchen einen fehligen Druidenschmied, um am Torwächter vorbeizukommen. Wenn du meinst, das ist Gedäck, glaube ich dir. Glaub mir, tut er nicht. Was weiß denn ein Kleinkrimineller von Kanto über Droiden? Oh, er weiß alle möglichen Dinge. Etwa wie man unbemerkt einen Hemmbolzen entfernt. Er hat diesen Stift, der Protokolle löschen kann. Wenn du weiterredest, muss ich dich leider erschießen. Und Kay, ich brauche keine Hilfe. Ich bin nicht kaputt. Jetzt habe ich die Gefühle vom Droiden verletzt. Ich werde mal nach draußen gehen. Bis später. So, was habe ich von den Pikes bekommen? Toll, das hole ich mir. Aha, Granaten und Schiffsteile. Nice. Schiffsteile brauche ich am allermeisten, weil... Da habe ich kaum welche. Hey, fang am Al-Kazah an. Das ist eine Kantine, die einem örtlichen Gangster namens Surat Nuat gehört. Wenn dein Droidenspiel so gut ist, wie du sagst, dann kennt Surat ihn. Kannst du mir sonst noch was über den Kerl erzählen? Surat ist ein Schmuggler. Er nutzt die Katakombe unter der Stadt, um seine Ware zu transportieren. Er ist ein Psychopath und hat angeblich einen Streit mit den Pikes in Myra angefangen. Danke, das hilft. Wenn du Surat getroffen hast, dankst du mir nicht mehr. Jetzt kommen die Viecher hierher, ja? Das, wo da gerade drauf saß. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Oh Gott, das sieht wieder sehr weitläufig aus. Ich fand das auf Kimchi gerade so gut, dass es so kompakt war. Nix ist beschäftigt. Ich weiß zwar nicht mit was, aber okay. Grünes Kreuz-Finish. Warum nicht? Was passiert, wenn ich das mache? Was mir echt noch fehlt, das hätte ich cool gefunden, dass es halt verschiedene Frisuren gibt für Kay. Die müssen dann halt alle diesen Datenstift quasi verwenden, irgendwie, dass man sich die Haare halt hält. Aber wäre ja möglich gewesen. Man hätte zwar weniger Auswahl an Frisuren, aber ein paar andere Frisuren wären schon cool gewesen. Oder wenn man irgendwo als es, wie nenne ich es, vielleicht gibt es das ja noch, aber ich glaube nicht, als Späßchen so eine Jedi-Robe findet. So eine aus Star Wars, nicht aus, äh, aus Star Wars, genau, aus KOTOR, nicht aus Star Wars, Sodom. So ein Truppler wollte auf einen Baller-Baller-Wagen springen, ist direkt in einem Baum gelandet. Die schicken immer mehr. Ich hab hier noch nie so viele Imps gesehen. Mit Akiva kommen die nicht klar. Neulich hab ich eine getarnte Patrouille gesehen. Das war so lächerlich. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Zuhause ausreichend auf die Monsoonzeit vorbereitet ist, dann setzen Sie sich mit der Stadtverwaltung in Myra in Verbindung. Ne, aber ich möchte mal die Tarnung angucken, die ich gefunden hab. Ah, viel Grün. Ja, kommen dann nämlich die doch. Kommen Sie, meine Preise sind unschlagbar. Mag schon sein, dass deine Preise unschlagbar sind, aber weißt du, dass es noch unschlagbarer ist, mein Schiff, das schon fertig getunt ist und ich nichts mehr dran ändern kann. Außer die Bewaffnung an sich, was mich gerade daran erinnert, dass ich das tun sollte. Was vergessen? Ich probier's mal noch mit der Schnellschuss, mit der Zweierstufe. Ach, Sie werden Ihre Meinung schon noch ändern. Name? Suren Gotto. Alter. Ich, ähm, ich bin Sie, 19. Schade, hinter dem Wasserfall ist nichts. So, und wo ist das hier? Jetzt ist es unter mir. Hier drinnen? Ah, da. Jawalfasern. Oder Javal, wie auch immer. However. Es ist auf jeden Fall mal ein anderes Farbschema. Schnellreisezielmarktviertel. Nein, nein, ich hab diese Saison schon bezahlt. Die Steuer für Gewerbetreibende ist um zwei Punkte erhöht worden. Ich fürchte also, sie sind im Rückstand gewesen. Wer war das? Hast du den Druiden gesehen, der gerade auf Myra gelandet ist, mit einem Mantel und einer Herz allerliebsten Kreatur im Schlepptoe? Ich geh mal zu den Landeplattformen, um mir das genauer anzusehen. Komm doch mit. Bist du jetzt so gut für uns? Die Dinge haben sich geändert. Wenn sie nicht bis Ende nächster Woche zahlen, wird ihr gesamter Besitz beschlagnahmt. Ist doch nicht mehr derselbe Knirps. Oh, die Texturen verschwinden schon wieder. Die Texturen wahrscheinlich auch. Also fühlen sich beobachtet, deswegen verschwinden sie schon wieder. Ich starte gleich neu. Eigentlich hätte ich jetzt keine Lust mehr, neu zu starten. Um ehrlich zu sein, weil mich das aufregt, wie oft ich das machen muss. Es tut mir auch wirklich leid für euch, weil ich vergesse es. Oder was heißt vergesse es? Ich sehe es bestimmt nicht immer beim Rausschneiden, wenn es relativ schnell geht. Okay, das Spiel hat mich zurück auf den... Das Spiel hat mich tatsächlich zurück auf den... Indesurath... Noah, dem Alcazar... ...zurück aufs Schiff transportiert. Naja, nicht weiter schlimm. Das ist ein Schlacht, okay. Aber der führt mich wahrscheinlich nur in das Peikgebiet, wo er gerade war. Bestand der Fraktionen. Diese Fasern nehme ich mal gleich mit. Weil ich kann mir vorstellen, dass ich davon hier welche brauchen werde, um manche Sachen zu kaufen. So. Ciao. 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 Ah, da ist die Trüge sogar schon. Krass. Elegante Schweifwickel. Sonst bin ich wieder hier. Das Beste, was die Galaxis zu bieten hat. So, mit dir habe ich gerade gehandelt. Da ist noch einer, aber der ist anscheinend im Peikgebiet. Schön, dich zu sehen. Ich nehme die Sachen fast für umsonst weg. Was verkaufst du? Alles. Alles, was ich habe. Die Imperiale Akademie hat mich angenommen, also bin ich bald hier weg. Den Kram brauche ich da nicht mehr. Aber mit ein paar Kredits könnte ich mir eine schicke Uniform leisten. Kontakte nutzen. Wie wär's damit? Ich nehme dir das alles ab und lege ein gutes Wort für dich ein. Du kennst die Rekrutierer der Akademie? Kannst du mir dann zur Offizierslaufbahn verhelfen? Das nicht, aber ich kann mit Surat Nuat reden. Und der weiß, wie man die Imperialen um den Finger wickelt. Verstehst du? Wirklich? Hier, nimm alles. Sag den Rekrutierern, Theo Pros ist spitze. Mach ich. Danke. Ganz bestimmt. Verwitterter Muschelglücksbringer. Hey du, ich hab alles, was du brauchst. Hast du? Okay, wer hat das... Ach, du hast das gesagt. Zeh dich um, aber unauffällig. Brauche ich Javalfasern. Ich kaufe erstmal die Information. Kleidermaterial. Geh damit. Leider habe ich nicht das Geld, äh, nicht die Materialien hier zu kaufen und die Javalfasern kaufen zu können. Aber ich werde es überleben. Da ist noch ein Händler. Vielleicht verkauft der noch ein paar Tafasern. Sie brauchen es. Ich habe es. Händler hat keine Gegenstände zu verkaufen. Willst du mich verarschen? Er verkauft aber anderen Shit. Und dann habe ich keine Fasern mehr. Das ist das, was ich gelesen habe, ne? Wer war das? Da war ich ja schon. Da habe ich neu gestartet. Okay. Dann gehen wir mal ins Peikgebiet rein. Tattooier-Revolver-Heldenhose. Schick, schick, schick. Was ist das? Ah, Immunität-Kontrollkarten haben bis nach dem nächsten Aufdecken keinen Effekt auf dich. Ja, kommen nämlich auch. Alle Sabberkarten will ich schon haben. Es fängt wieder an. Ich komme auf den Planeten und habe gleich keine Kredits mehr. Da stimme ich dir zu. Ich habe mehr Informationen. Ich habe gesehen, wie die Peiks in Ruinen, in Sturmhüllen ein- und ausgegangen sind. Sie scheinen irgendwas am Berg abzubauen. Wie dem auch sei, wir brauchen einen neuen Angelplatz. Sie haben die ganzen Fische in unserem kleinen See aufgescheucht. Ich würde Ihnen ja etwas zum Thema mitteilen, aber ich mag die aktuelle Anzahl in meinen Gliedmaßen. Ich muss meinen Blöster mal reinigen lassen. Du hast hier nichts zu suchen. Ich bin da noch gar nicht rein. Chill mal, Alter. Ihr seid jetzt echt besondere Nuggets. Komm du mal mit. Dich da hinten. Mach ich jetzt in der Ecke fertig. Komm, nach hinten in die Ecke mit dir. So, was dich angeht. Du gehst da hinten in die Ecke. Währenddessen kann ich mich um dich kümmern. Und jetzt um dich. Schauen wir mal. Oh. So, gleich. Dacht, das wäre nur ein kleiner Nebenraum. Ich akzeptiere dies. Das ist wahrscheinlich nur für die Kamera, oder? Dann los. Nein. Doch. Kameras aus. Interessant, dass ich hier aber auch mit einem Schacht reinkomme. Ist das der, wo ich die eine Leiche abgelegt habe? Weil da ist ein Schacht. Lass mich das mal kurz überprüfen. Weil dann habe ich einen sehr einfachen Weg, wie ich hier reinkomme. Ja. Ja. Passt vom Weg ungefähr. Ja. Ist es. Okay. Gut. Dann weiß ich zumindest, wie ich da sehr leicht reinkomme. Okay. Okay. Peikspieltisch. Da drin, oder wo? Ja, aber keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Ach, hier. Mal wieder eine Runde Sabak. Ist schon länger her. Warum denn eigentlich nicht? Wer hat Pipi? Ignorieren in diesem Zug die Gebühr. Die Stärke von Sabak hätten wird was nach dem nächsten aufdecken. Umgekehrt. Andere Spieler müssen einen Chip zahlen. Ja, ist doch okay. Zweimal Hochstapler. Nein, ich halte. Toll. Da wollte ich halten, um nix, damit nix kostet. Und dann. Ich gehe mal wirklich auf All-in. Ich probiere jetzt mit zweimal Hochstapler. Was krasses zu bekommen. Ich habe einen Wurf. Eins. So, unten nochmal. Eins. Da ist der ja. Okay, ich glaube, mit diesen Magnetwürfeln, die sind schon fucking overpowered. Also da kann ich mich, glaube ich, recht gut auf Hochstapler verlassen. War ja einfach. Sechs. Das Kontrollkarten haben. Was hat er, was hat er, was hat er? Ach, keine Wirkung auf Immunität hat er. Okay, ja. Tja, tut mir leid, Leute. Ziehen. Neue Karte. Wird gerne schauen, ob ich an noch eine sechs komme. Jetzt wäre sogar eine Hochstaplerkarte in Ordnung. Na dann. Der hat gerade drei Chips zurückgehalten wollen. Kann er aber nicht, sondern nur eins. Und hat einen zurückgehalten und den sofort verwendet. Er ist genial. So, ich lasse meine Hand, wie sie ist. Aber sorg dafür, dass sechs die stärkste Hand ist. Nimm das. Bei ihm ist es Immunität. Bei ihm wird eine Eins wahrscheinlich trotzdem so gut gewertet, wie jetzt bei mir die Sechs. Nehme ich mal an. Oder auch nicht. Er hat auch einen sechster Sabak. Wobei, es müsste ja für ihn das Schlechteste dann sein. Wenn er immun ist. Streng genommen. Das ist jetzt meins. Eigentlich müsste der Sechster Sabak komplett beschissen für ihn sein. Ganz streng genommen. Weil er Immunität auf Kontrollkarten hat. Da ist das Spiel nicht hundertprozentig konsequent gewesen gerade. Was war das? Wir müssen eine Steuer zahlen. Ja komm. Machen wir doch. Bringt zwar nichts mehr. Hat keiner mehr. Gib mir was Gutes. Ich nehme mal die Hochstaplerkarte. Das ist eine relativ sichere Chance auf eine Eins. Ich werde aber trotzdem weiterziehen. Okay. Wird gar nichts machen. Halte. Hochstapler hier. Hochstapler. Juhu. Sabak. Ihr habt den Ruiden gehört. Danke für die Kredits. Also wegen den Kredits mache ich es eigentlich wirklich nie. Weil das gibt echt jedes Mal nicht viele. Wie viel gab das jetzt? 200, 300? Die Karte schickt uns etwas für die ganze Arbeit, die du für sie geleistet hast. Wusste ich es doch, dass sie gar nicht so schlimm sind. Die sind sogar noch schlimmer. Aber gegen Belohnungen kann man nicht sagen. Ach, bin ich jetzt fertig? Habe ich bei denen auch den Ruf voll? Ja. Ich habe von allen alle Belohnungen bekommen. Alter, bei Grimmson Dorn bin ich ja ganz schön unten durch. Wobei ich bei allen relativ hoch im Kurs bin aktuell. Keine Ahnung worum, aber das muss jetzt sein. Kommen Sie rein, kaufen Sie ein. Nur Qualitätswaren. Okay, soviel zu den Pikes. Was ist da? Eine Konsole in der Nähe zeigt die Fundorte der Schlüsselkarten. Aber das habe ich ja schon. Ja. Ja, habe ich schon. Dass das trotzdem noch angezeigt wird, ist verwirrend. Alles supi bei mir. Aber ich glaube, eure Leute geht es nicht mehr so gut, die darin Wache gehalten haben. Was? 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 Also bisher finde ich das auch wesentlich besser als Tatooine. Immer noch. Was ist denn das denn? Ah! Das sind diese Gleiterteile. Weiß nicht genau, wie die heißen. Ich habe schon länger keinen mehr gesehen, der Gleiter aufmotzt. Lenkwinkelbeschleunigung. Das habe ich schon auf Maximum. Das hatte ich tatsächlich nicht mehr im Kopf, dass das so ist. Ja, dann lenken. Erstmal. Und theoretisch noch das hier. Da fehlen mir allerdings Getriebe. Ah, das fehlt sogar noch. Akkubeschleuniger. Aussehen. Ich möchte irgendwas, was hier passt. Hab ich, glaube ich, nicht. Ein blauer? Nee. Ja, doch. Komm, der ist doch chillig eigentlich. Wobei, der ist ganz chillig. Den kann man lassen. Hm, was nehme ich dazu? Das da. Danke. Sie sind hier immer willkommen. Danke. Gut zu wissen. Oh, wie es spielt. Mit seinem eigenen Schwanz gerade. Danke, ihr zwei. Letzten Monat hast du mir eine volle Einheit für 300 Kredits gegeben. Wieso sind es jetzt plötzlich 500? Höhere Steuern. Entweder ich gehe Freude oder ich gehe pleite. Ha, Betrügerin. Du willst es doch nur schablos ausnehmen. Oh, hier war ich schon drin. Oh, da ist das Essen. Riecht hier lecker. Allerdings. Sitzen. Allerdings ist hier irgendwo. Ach, oh nee, das war das Fragezeichen hier. Ja, okay, dann machen wir das. Sieht gut aus. Also, ein guter Abschluss für die Folge. Was leckeres zum Haberhabern. Frische Kurado-Frucht auf traditionelle Akiwanische Art angerichtet. Oh, ein Kurado-Obstteller, bitte. Was ist das für ein chilliger B-Day? Äh, 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 äh. Geduld, Kumpel. Oh, ist das nur eine? Lass uns essen. Sollen wir die auch essen? Oh, mit der Maus, das hatte ich ja noch nie. Schnapp sie dir nix. Aho. Hey, da ist noch einer. Gut gemacht. Nein, du. Mit der Pfote. Dann legen wir mal los. Magst du lieber die Kurado oder die Kapupi fliegen? Also, das hatte ich schon mal erwähnt. Aber mit dem Kleinen haben sie sich wirklich selbst übertroffen und richtig, richtig, richtig viel Mühe gegeben. Also, wer den Kleinen nicht putzig findet, weiß ich nicht. Dem ist nicht mehr zu helfen, glaube ich. Der ist ja so zuckersüß. Sonst haben sie es so gut hinbekommen. Von der Menge her war es jetzt das wenigste. Zumindest für unseren Charakter. Huten! Aber ich darf trotzdem rein. Weil die Huten mich immer noch lieb haben. Auch wenn sie mich nicht mehr so lieb haben, wie sie mich lieb haben sollten. Sie hatten mich mal mehr lieb. Wächst. Es ist Steuersaison. Die Satrapie nimmt die Leute hier schon genug aus. Da bleibt für uns nicht viel übrig. Überlass die Politik mal dem großen Boss. Okay, das wäre ein Hintereingang, den ich hier aber nicht brauche. Noch nicht. Ausverkauf, komm später wieder. Habe ich da meinen Namen gehört? Was willst du? Wenn da Punu. Bata-Chi-Sche-Chalope-Blastoschani-Hocholda. Chi-Venta-Graba-Ein-Patisa-Kochusa. Opa-Springacu. Tist. Du droi Magda. Wofür braucht eine Droidenschmiedin eine Schützin? Ja, Masa Magda. Anupaklisch droi. Proto. Hm, mal schauen. Wie gefährlich kann das schon sein? Neuer Mittler verfügbar. Ihr Junkie, die Wonkie. Wer kennt's net? Was, Pikachu? Das ist mein ganzes Sortiment. Ah, Triebwerkkern. Getriebe, die brauche ich. Gut ist Geschäft. Nicht wahr? Nix. Da drüben. Guter Junge. Hier oben darf ich ja noch hin, oder? Hätte ich gesagt. Da ist eine Tresor-Rum-Schlüsselkarte für die Hutten. Gut, dass die einfach so hier offen rumliegt. Mann, diese Stiefel bringen mich um. Da darf ich bestimmt nicht rein. Verschwinde doch! Chill mal! Ich laufe halt einfach Legend nur vorbei und die... Äh! Schau, dass du Land gewinnst! Ganz leise, kleiner Freund. Ich glaube, ich gehe gerade Richtung Tresor von denen. Ich glaube, ich gehe gerade hin. Nein, ich hab... Das war ja dumm. Ich wollte so machen. Ich nehme schon fast den ganzen Tag auf, also mein Hirn ist Matschepampe. Deswegen, das wird jetzt für mich auch die letzte Folge. Wenn ich das aufmache, sind wir gleich gegen... Ah, passt. Okidoki. Dann... Wieder raus. Und zurück. Also die Tresorräume hier sind mit Abstand die einfachsten bisher. Solange man in das Gebiet rein darf. Aber da brauche ich mich ja wirklich nicht mal um eine einzige Wache kümmern. Solange ich in den ihr Gebiet rein darf. Oh, hi. Was ist dein Problem? Na gar nichts. Alles gut. Weitermachen. Oh, das will ich haben. Das hat ihm nicht gefallen. Warte, ich lese das gleich nochmal. Wichtig. Oh. Tja, das ist peinlich. Das mit dem Diebstahl verstehe ich nicht ganz. Wann das geahndet wird und wann nicht. Wann ist denn der letzte Speicherpunkt gewesen? Wie lange selbst das Menü an irgendeinem Punkt in dem Spiel braucht. Hier. Das war eigentlich gerade eben erst. Ja, das war schon danach. Okay. Wie viel Ruf hat mich das dann gekostet? Anscheinend nicht so viel. Wird schon nicht so schlimm sein. Okay. Aber dann war es das für jetzt. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und dann schauen wir mal, wie lange das Ganze jetzt noch geht. Und wie aufbrausend die Story noch wird. Also 32 Stunden habe ich jetzt aktuell. Okay. Mal gucken. Angeblich sollen es ja so um die 60 sein. Aber vielleicht bin ich ja relativ flink. Und ich mache ja nicht tausend Prozent alles. Beziehungsweise ein paar Sachen, die man sucht, mache ich vielleicht offscreen. Hatte ich ja schon erwähnt. Aber in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken.